Und willkommen zurück zu Doom 2 Vanilla Level 2 oder Map 2. Level gibt es ja hier nicht, ist ja kein RPG. So, dann machen wir mal die hier schön wegknuspern. Leider gibt es die Randschleiche noch von hinten erledigen. Ja, das war... Ich versuche nur mal kurz zu zeigen, dass es nicht geht. Ist leider nicht Brudel-Doom, wo man sich anschleichen kann und von hinten das Gemüt brechen kann. Es geht leider nicht. Ja, was sonst. Hä, sind da zwei drinne? Mann, das war doch noch einer. Das sah gerade so aus, als wenn da zwei drinne wären. Ich dachte gerade schon, ich kenne die Webseite gar nicht mehr ausländisch. Was ist denn hier los? So, Flashlight gibt es leider auch nicht. Das heißt, wir müssen hier... Mit der Dunkelheit Vorlieb nehmen. Übrigens, halt schon auf dem Plan, wir spielen bald mal Doom 4 Vanilla. Ja. Ist eine kleine Mod, die quasi Doom 4 in Vanilla, habe ich glaube ich euch mal vorgestellt. Äh, die quasi hat Doom 4, also sowas wie Doom vor Doom. Nur halt nicht für GZ-Doom, sondern für Vanilla-Doom. Dementsprechend natürlich auch stark abgespeckt. Aber ultra geil dafür. Ultra viel Spielfun. Äh, macht Spaß. Ich bin zu tief. Scheiße. Die Hand an. Oh, ich hole hier alle. Oh mein Gott, Ness. Das hat sich viel geplant. Das hat sich viel geplant. Kommt hier der jetzt her. Boah, Alter. Was geht hier ab, bitte? Easy. Dankeschön. Was suche ich hier gerade? Keine Ahnung. So. Das sehen wir uns noch nicht. Das sehen wir zum Ende. Ja. Normalerweise hole ich erst die Doppeläufige Schrotfremde und mach dann Deal fest. Ich bin fertig. Von daher muss ich jetzt gerade den Pinky mit der normalen Schrotfremde erledigen. Sorry, viel Schuss. Egal, hat er funktioniert. So. Dann machen wir mal hier drinnen rüber. Rüber hier mal ein bisschen auf hier. Oh. 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 Okay, nein. Jetzt bin ich in die runsrucke und Pinball. Oh, gods, maap! Also, ich f jrite. Ha ha! Okay! Dann haben wir jetzt die rote Karte. Das heißt, wir können jetzt die rote Tür öffnen. Oder nicht die roten Gitter hier. Die roten. Was auch immer das darstellen soll. Die rote Absperrung. Ich meine, die halt nichts drinnen sieht. Ich habe eine Munitionsverschwendung, aber gut, wir kriegen ja genug Munition. Level 2, so, da wird man quasi mit Schrotflug-Munition zugeschissen, weil die halt hoffenweise Shotgunner sind und ja, die droppen halt, was ja nicht natürlich so schlimm ist, ich meine, umso mehr Shotgunner hat man. So, wir müssen auf die blaue Rüstung und dann haben wir eigentlich alles. Haben wir noch ein Hivepack? Ja. So. Ups, da wups. Tja. Ich habe wie gesagt, die Map war nochmal eine kurze Map und ab dem nächsten Map fängt es schon langsam an schwieriger zu werden, das war falsch. Ähm, ja, und ab dann wird es auch wieder mal länger. Von daher, schauen wir mal. Ich wünsche, in dem Sinne dann, so, war es nochmal eine kurze Map. Ab morgen in der richtigen Folge. Schauen wir mal. ich wünsche, bis jetzt ist heute.